Musik 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 Schön Hier da ist eine Bäckerei Ah, schön Wir sind letztlich da Musik Da ist sie Wir müssen jetzt nur noch reinkommen Das kriegen wir schon hin Also bis gleich So, rotes Bändchen ist gesichert 18 Jahre natürlich Gut Na vorne, Eingang an elf Riesending, ey Naja Wir sind jetzt offiziell in den schwarzen Bäckrooms gelandet Das ist schon bergfällig hier Gut, hier werden gleich die Tickets kontrolliert Und keine Ahnung, wir werden mal sehen Ja Ja Ich bin mal sehr gespannt Ich erwarte viel Weiter laufen Weiter laufen Ich mach einfach Zeitraffer raus Drei Etagen Und wo Ding ist Da vorne sehen wir schon ein paar Cosplayer Welche Ui Gut So Wofangel Alter ist das Na gut, es ist nicht ganz so voll, ne? Aber es geht Ja Ja Okay, da vorne wirds echt voll Ui Gut Ich guck mal welchen guten Stand finde Hier, Alter Und man hört Gejubel Oh, cool Hallo Zehn Warte, Indi Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken Indi Area, Retro Arena Ich bin mir ein Schwer Ähm Wuh 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 Hiva Was ist ein Hiva? Ach Stühle Ach cool Kann man Probe sitzen Warte, warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte, warte Und zwar Hey, Guck mal What the better Ist doch wahrscheinlich die zweite Version von What the goal is Hey, Italie Account schutzt aufwarte 9000 Kaupp, Soba Boah Schöne elektro Installation Wir sind hier auf Larinenspielbesser und dich interessiert die Elektroinstallation? Das ist das A und O ohne die. Genieß! Hey, guck mal das! Das Deadpool... Deadpool... Wartet mal, wartet mal! Das war... Deadpool Hausmädchenkostüm. Weißt du nicht? Ach, kann man hier VR aus Hessen? Kann man hier VR aus Hessen? Man kann hier VR aus Hessen! Man kann hier vertestet VR aus Hessen, ach man! Das ist so voll! Also wir haben ja die Zeit, ne? Also wir können ja später... Also mein heutiges Ziel ist auf jeden Fall, einmal so eine VR-Brille aufzusetzen. Das würde ich auf jeden Fall mal machen. Oh, Sturmtruppler! Okay, das Imperium ist auch schon hier. Das ist so cool! Das ist so cool! Hey, da hab ich dich gestern tickt und von gesehen, wo du hier einer stand. Aber ich weiß nicht, wie du das sehen kannst. Das ist so cool! 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 Ist das Luigi? Ich hab Luigi gefunden! Cool! Das ist so cool! Das Land ist Verkehrsabdruck! Kann man mal fragen, wer es mit meinem Pupperschein auszutut? Haha! Wo bleiben wir eigentlich im Ausstatt? Wetter gehen! Ach, Shining! Einmal verunterstupfen wahrscheinlich, ne? Guck mal, hier Dings! Oh, wie hieß das Spiel? Borderlands! Borderlands war auch grad hier! Gate R in Halle 9! Schön! Wir holen uns bei der Paysafe Karte und kaufen wegen das! Haben wir denn ja alles? All in Play? Ah, warte! Ah, Monitore! Ey, lass mal gucken wegen neuen Monitor oder so! Gibt ihr grad Tourismus? Ja! Lell! Auch gut! Ich will mal wegen dem Monitor gucken! Ja, wir gucken jetzt mal bei Eiborix! 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 Uuuuuh! Da findet das Auto da voll! Das ist ein schicker Porsche im Anime-Style! Wieso nicht? Haha! Warte, es gibt Headsets, Mäuse... Uuuuh! Aber natürlich ist hier eine riesenlange Stadt! Wuhu! Ich seh schon richtig... Cool, cool! Ah, hier! Ich stell mich hier! Hier, Leute! KWR austesten! Also echt... Oculus! Ich baue gleich erstmal die perfekte Stadt auf! Haha! Icherry! Ich kann das nochmal nicht mehr und jetzt gucken! Ich kann das jetzt nicht mehr raus! Das ist mir egal! Oh, Ooi! Also, ich würde mich gucken! So, ich hoffe, ich mache das richtig, was ich da nicht mehr rauskomme! Ich probiere viel. Du sagst mir viele Tipps selbst, die ich nicht ganz gut besetze. Ja, das ist mir viel zu mehr Follower-Punkstandard. Ich sage, jedes Video ist... Einfach mal, E-Sport hier! Brawl Stars E-Sport, wieso nicht? Wird sich jetzt erstmal ein personalisiertes T-Shirt gekürnt. Wir haben den perfekten Shop für euch gefunden. Anime-Body-Pillow-Shop. Schreibt zu! Wir sind zurück. Es ist gerade... Lasst mich lügen. Viertel nach 10. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie voll die Busse waren. Das... Busse sein. Busse. Genau. Die Züge. Aber ja. Ja. Wir haben... Eine Gamescom-Shirt. Kann man... Äh... Es ist natürlich jetzt suboptimal, wie zeig ich das denn jetzt am besten denn. So. Ja. So kann man es ungefähr sehen. Äh... Da. Mit meinem Namen. Ich werde das jetzt versuchen irgendwie schön zusammenzuschneiden. Aber... Ihr werdet es jetzt sehen. Und... Ich sag nur... Es lohnt sich. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Kī nue. Kik1